Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich bei einem Fritzbox WLAN Repeater 1750e eine LAN-Brücke hier richtig einrichten kann, damit einfach die Verbindung zum Router mit einem LAN-Kabel sehr stabil ist. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst einmal muss unser Repeater hier schon richtig eingerichtet worden sein. Wenn du das daheim noch nicht gemacht hast, dann schau dir am besten noch ein anderes Video von mir an, wo ich das genau erkläre. Wenn das geschehen ist, gehe ich mal in einen PC, der im selben Netzwerk wie der Repeater ist, dann gebe ich im Internetbrowser einfach mal fritz.repeater- ein, komme schon zu der Seite, wo ich mich anmelden kann. Hier gebe ich mal mein Passwort von der Fritzbox, was normalerweise auch auf der Rückseite von dieser ist, hier ein, gehe auf Anmelden und schon komme ich auf die Übersicht von meinem Repeater, wo jetzt auch nochmal dargestellt wird, wie derzeit meine Zugangsart ist. Und zwar eine WLAN-Brücke, also zwischen meinem Router und meinem Repeater wird das Ganze per WLAN verbunden. Und hier möchte ich natürlich jetzt ein LAN-Kabel dazwischen schalten. Hierfür muss ich links rüber auf Heimnetz-Zugang einmal klicken, dann scrolle ich etwas nach unten, gehe zu Zugangsart ändern, klicke ich hier einmal drauf. Dann wird mir angezeigt, so wie es am Ende sein soll, also Zugangsart auf LAN-Brücke, dass hier ein LAN-Kabel einfach dazwischen ist. Ich gehe natürlich auf Weiter, IP-Adresse automatisch beziehen, passt auch, klicke auf Weiter. Hier könnte ich noch ein paar Änderungen vornehmen, bei mir passt das jetzt aber auch, deswegen wieder auf Weiter. Verstandene und jetzt, wenn ich hier unten auf Fertigstellen draufklicke, dann sollte normalerweise auch schon alles funktioniert haben. Wir können sehen, Fritz Repeater Einrichtung ist abgeschlossen und jetzt muss ich den Repeater noch mit einem Netzwerkkabel, also einem LAN-Kabel mit meiner Fritzbox richtig verbinden, was ich jetzt einmal mache. Ich gebe also die eine Seite von meinem LAN-Kabel hier in den Repeater rein und dann nehme ich meinen Router noch zur Hand. Hier sieht man auf der Rückseite das Ganze auch schön mit Gelb bei mir jetzt gekennzeichnet, wo ich auch die andere Seite von meinem LAN-Kabel einfach hineinstecken kann. Wenn das geschehen ist, dann klicke ich mal hier auf Zur Übersicht drauf. Es dauert wieder einen kurzen Moment und schon können wir sehen, dass jetzt die Zugangsart auf LAN-Brücke hier richtig abgeändert worden ist, so wie es natürlich auch sein sollte. Wenn du dir den derzeit besten Router am Markt oder auch einen weiteren WLAN-Repeater bzw. so ein LAN-Kabel hier zulegen möchtest, um einfach optimales WLAN für zu Hause zu haben, dann kann ich dir hier für Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Markengestellen zu einem relativ günstigen Preis und das Beste hierbei, das Ganze hier wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst dich extra in ein Geschäft viel für vorn. Wenn du dir also eins von diesen Unterschieden hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst zu den Produkten. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen und hier unten drunter gerne einmal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast. Vielen Dank. Vielen Dank.